Wir wollen uns die Multimedia-Funktion von dem Sony Xperia i in einmal genauer anschauen. Das Gerät hat natürlich wie immer einen Musikplayer. Ich habe euch die Widgets schon gezeigt. Die könnt ihr direkt vom Screen oder von einem euren Homescreens aus starten. Lautstärke-Wippe ist hier rechts, könnt ihr die Lautstärke verändern. Und ihr könnt so sogar zwischen den Liedern hin und her springen. Und wenn ihr da einmal drauf drückt, kommt ihr direkt zum Musikplayer. So sieht das Ganze aus. Und hier habt ihr seine Coverfloor-Ansicht und könnt zwischen den Interpreten hin und her springen. Was auffällt, das Ganze ist nicht ganz so laut. So, ihr habt jetzt gespielt. Dann habt ihr hier meine Musik. Da bekommt ihr nochmal einen Überblick über eure Interpreten zum Beispiel. Alben, Titel, Playlists habt ihr hier. Dann habt ihr hier Channel. Musikfreunde oder Musikfreunde. Eigene Favoriten. Gehen wir mal auf Interpreten. Öffnen irgendeinen Track. Dann sieht das Ganze so aus. Album, Titel. Und dann drückt ihr drauf. Zack. Ja. Also hier könnt ihr ein Lied hin und her spulen. Auch hier könntet ihr skippen, wenn das Ganze jetzt ein Album wäre. Aber da hier nur ein Lied auf dem Album ist, nicht. Hier habt ihr die Suche. Dann habt ihr hier den Infinity Button. Was sagt der nochmal aus? Den habe ich euch früher schon ein paar Mal gezeigt. Also schon mindestens vor anderthalb Jahren. Auf dem Xperia Mini zum Beispiel. Ihr könnt gucken, weitere Informationen von dem Interpreten suchen. Zum Beispiel bei Play Now. Dann habt ihr Videos bei YouTube. Könnt ihr suchen. Musikvideos, Songtexte und bei Wikipedia. Und eine erweiterte Suche einstellen. Also was ich sagen muss, ist, dass der Musikplayer echt überhaupt nicht laut ist. Und auch egal wie laut ich hier stelle. Irgendwie bringt das nichts. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über die Notification Bar öffnen. Und hier pausieren. Gehen wir mal in den Standby Modus. Dann habt ihr auch hier die Möglichkeit auf euren Player zuzugreifen. Pausieren wir mal. Gehen zurück zu unserem Home Screen. Und starten mal hier den Play Store. Damit ihr den mal gesehen habt. Was haben wir hier für Angebote. Wird jetzt hier geladen. Bekommt ihr einen Überblick. Apps, Filme, Spiele und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt Apps. Dann bekommt ihr hier nochmal die Möglichkeit. Zwischen angesagten Apps. Topkostenpflichtig, Topkostenlos. Erfolgreichste, Topkostenpflichtig, Neu, Topkostenlos, Neu und Trends herumzuschauen. Schauen wir uns mal kurz die Topkostenlos. Wo sind Apps an? Whatsapp auf Platz 1 ist eine der wichtigsten Apps. Google Maps, Street View, Facebook, YouTube, Google Play Books zum Beispiel. Facebook Messenger, Kick the Boss und so weiter und so fort. Shasm haben wir hier. Ja, einige Spiele habe ich schon heruntergeladen. Zeige ich euch mal gleich. Erstmal nochmal die Navigation habe ich hier schon einmal hingesetzt. Drücken wir hier auf Zustimmen. Müsst ihr einen Haken setzen und zustimmen. Dann habt ihr hier die Navigation. Ziel einsprechen, Ziel eintippen. Geben wir mal was ein. Maschsee. Wie immer lasse ich mich zum Maschsee navigieren. Kennt ihr mittlerweile auch schon. Ich muss jetzt hier schon wieder zustimmen. Warum auch immer. Und dann warten wir mal ab. So. Und jetzt. TPS wird gesucht. 2,1 Zentimeter, äh, Zentimeter sag ich schon. Kilometer. Sechs Minuten. Und dann läuft das Ganze. Also es funktioniert schnell und gut. Habt ihr gesehen. Hier habt ihr weiter Einstellungsmöglichkeiten. Route, Routenliste, Ebene, Sprachführung, Navigation, Wänden, mehr. So. Dann gehen wir nochmal kurz zu Google Maps. Möchte ich euch auch zeigen. Ist abgedatet. Wir sehen können. Sieht anders aus. Hat ein paar neue Feature. Ja, zum Beispiel synchronisiert sich das Ganze. Also diese mobile Version auch mit eurer Desktop-Version, wenn ihr die benutzt. Also an eurem Rechner, wenn ihr was sucht, dann reagiert euer Mobiltelefon darauf. Und, ähm, das ist natürlich praktisch, weil das Ganze bleibt eingespeichert. Und, äh, ihr habt dank, äh, gewisser Algorithmen die Möglichkeit, äh, über Ortung, wenn ihr jetzt was sucht, dass das Gerät direkt erkennt, äh, die Straße könnte in der Nähe sein. Das könnt ihr suchen. Also bekommt ihr da eine gewisse Autokorrektur. Ähm, sieht ein bisschen anders. Wie sieht das aus? Wurde modernisiert. Warum? Ja, zum Beispiel, weil Apple jetzt diese App oder diese Karten-App vom iPhone 5 runtergeschmissen hat, beziehungsweise mit iOS 6 kommt Apples eigene Karten-App. Und jetzt wollte Google nochmal ein bisschen Druck machen, aber bringt ja auch nicht mehr viel. Trotzdem wollen sie natürlich das Ganze verbessern. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die App eigentlich immer sehr gut gefallen hat. Und dann habt ihr die Suche. Was habt ihr hier? Ähm, Route berechnen. Hier habt ihr Locations. Und hier die Ebenen. Verkehrswagen, Satellite und so weiter und so fort. Jetzt reagiert das Navi auf einmal. Was ist noch anders? Ähm, ich zeige euch einfach mal ein paar Spiele. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Spiele. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Spiele. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Spiele. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Spiele. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Spiele. Untertitelung des ZDF, 2020 Damit wir das Gerät besser einordnen können, machen wir jetzt noch einmal einen Benchmark-Test. Ich beende hier erstmal alles, was hier gestartet ist, drücke hier auf Quadrant-Standard und zeige euch gleich die Ergebnisse. Run-Full-Benchmark-Test und dann warten wir einmal ab. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Einfach hier einmal auf Yes drücken und dann sehen wir hier, wie das Gerät eingeordnet wird. Darüber ist das HTC One X, Asus ist da drüber. Dann New Device 3162 in Total, drunter Motorola, Samsung, Samsung, LG, HTC, Samsung. Hier einmal kurz die Zusammenfassung, damit ihr das auch gesehen habt. Total 3162 CPU, 6453 Memory, 2876. Das war der Benchmark-Test, das waren die Multimedia-Funktionen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Die Spiele laufen sehr flüssig, wie ihr gesehen habt, also das ist super. Das Gerät allgemein, finde ich, läuft top. Es ist sehr, sehr flüssig, hat eine super Kamera. Man kann sehr gut mit surfen. Das Display ist groß, also man kann da viel mit anfangen, viel mit machen, schön mitspielen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Preisfrage und natürlich im Endeffekt muss man dann überlegen, ob man so ein großes Gerät haben will. Das, was das Gerät bietet, ist super, hat mich total überzeugt.